Hallo, ich bin Ernest Ilya Stapp und ich bin zwölf Jahre alt und ich will meinen Song für eine Welt präsentieren. Ich fang jetzt an. Statt den Krieg auf dieser Welt. Statt den Krieg auf dieser Welt. Der Frieden in unserer Welt ist, was jedem gefällt. Im Krieg ist alles so sehr schlimmer, man hört so viel gewimmer. Geschosse Fliege hin und her, Bomben schützen ein und krachen. Wanns ab wann läuft der Frieden zu einem anderen Land? Statt den Krieg auf dieser Welt. Statt Rassist muss auf dieser Welt. Jeder Mensch ist gleich, egal ob Warm oder Reis, egal Wette, Hautfarbe oder auch Namen. Denn der Krieg, das was es muss, das alles erspürt mit. Beleidigungen, Gewalt trennt, das alles auf unserer Welt. Statt den Krieg auf dieser 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 Welt. Die Welt wird von uns so sehr zerstört, ich will nur Frieden, damit alle Menschen in Ruhe leben. Wir haben alle das Leben durch, unsere Freude, unsere Trauer, die da das Leben durch, stopp alles auf dieser Welt, stopp das alles auf dieser Welt. Die Welt wird von uns so sehr zerstört, ich will nur Frieden, damit alle Menschen in Ruhe leben.